Zur Pressekonferenz herzlichen Gruß als erstes natürlich unseren Gästen aus Espo, aus Finnland. Ich fange meine Frauen an, Kinyarika Korpela, die ausgezeichnete Torhüterin, finnische Nationaltorhüterin, Mannschaftskapitän des FC Unka Espo, willkommen. Marco Saloranta, der Cheftrainer des finnischen Meisters und zu meiner Rechten der erste FFC Turbino Potsdam. Manche sagen ja, dass es so ist. Der Cheftrainer des Vereins, Bernd Schröder. Gut, dann zum morgigen Spiel. Mit welchen Erwartungen, Marco, gehen Sie in das morgige Rutschspiel? Das erste Ziel ist, besser zu spielen und ein besseres Ergebnis zu erzielen, wenn Sie spielen. Wir haben einige Dinge in unserem Spiel, die wir verbessern wollen. Und natürlich wollen wir ganz besonders die Defensive verbessern und nicht mehr nach Torhüterin. Und die zweite Sache ist, was wir wollen, dass wir in der ersten Spiel machen wollen. Wir machen die Ballpositionen so gut wie möglich. Aber es war, ich kann sagen, es war schlecht. Wie haben wir die Ballpositionen? Und was wir eigentlich schon mit dem Hinspiel viel besser machen wollten, ist das Spiel mit dem Ball. Da haben wir viel zu wenig getan, ohne es viel besser machen. Ja. Bernd Schröder. Mancher könnte vielleicht sagen, 8-1-10-Spiel, leichtes Spiel machen wir mit links. Aber wer, glaube ich, Bernd Schröder kennt, der weiß, dass er jedes Spiel ernst nimmt und jedes Spiel ernst angeht. Ihre Haltung zum Morgen. Also ich denke, dass wir, das Wetter wird ein bisschen besser, gute Zuschauer-Kulisse haben werden. Also auf jeden Fall unter 1.000, denke ich. Damit sind wir natürlich verpflichtet, unseren Fans ordentlich Fußballspiel zu zeigen. Wir werden sicherlich eine Veränderung in der Mannschaft vornehmen, ohne dass ich das jetzt konkret sage. Weil wir ja genug Spieler haben, die auch mal wieder zum Einsatz kommen sollen. Aber ich denke schon, dass unsere wichtigsten Spielerinnen und Nationalspielerinnen sicherlich alles Spiel werden werden. Tinja, du hast in ESPO gesagt, in der Pressekonferenz, 8 Tore in einem Spiel, das braucht seine Zeit, um das zu verdauen. Sind Sie verdaut? Ja. Ja. Ich denke, dass wir das Ergebnis nicht mehr haben. Ich denke, dass das Ergebnis nicht mehr ist. Wir wollen morgen zeigen, dass wir ein besseres Team sind, als wir das heute Morgen gezeigt haben. Vielen Dank.